Das erste Ziel heute findet sich dort unter den Bäumen. Das Ganze ist mir schon mal aufgefahren, weil ich hier vorbeigefahren bin. Das muss ein richtig abgerockter Ort sein. Ich bin ein bisschen weiter weggeparkt, um mir nicht gleich aufzufallen. Ich werde mich da mal anschleichen. Das ist gar gemäht worden. Mal gucken, ob die Luft rein ist. Noch zeigt sich hier nichts. Das muss hier aber irgendwie sein. Wir hätten schon mal ein Haus durch, um mal hier durchzukämpfen. Was haben wir denn hier? Schauen wir mal um irgendwann schon Kirschen zu sehen. Alter Brunnen. Halt neig! Ver temple! Telingen! 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 Alles sieht baufällig aus, da geh ich dann noch nicht rein, dann machen wir hier rum und so ein Nebenglas Da sind wir hier hinten dreht, dass hier irgendwo ein Loch ist Jetzt ist es mal hier zum Gebäude Das ist ein Nebenglas Untertitelung des ZDF, 2020 Ich hätte schon länger verlassen, wieder fast am Ausgangspunkt. Zaun noch mit alten Bahnschwellen, vermutlich von der Kleinbahn, die es hier mal gab. Kühlchen nochmal zum Brunnen. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.